Die Bauern müssen wieder auf die Straße. Ja, sie müssen. Dies ist noch vor kurzem. Landwirtschaft in Deutschland ist systemrelevant. Und nun? Nun veröffentlicht Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt und Naturschutz, einen Bericht, in dem sie einzig und allein die Landwirtschaft in Deutschland für den Artenrückgang verantwortlich macht. Deshalb rief der LSV Deutschland bundesweit zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Dies möchte man nicht auf sich sitzen lassen. Die Versammlung oder die Kundgebung öffnen. Ich muss euch noch einige Hinweise geben, die unbedingt zu beachten sind. Das sind natürlich zum einen die Corona-Vorschriften, ganz, ganz wichtig. Jeder Teilnehmer eine Maske aufhaben, dann mindestens 1,50 Meter Abstand halten. Das Thema ist die Diskriminierung der Landwirtschaft, ausgelöst durch den Umweltbericht des Bundesministeriums für Umwelt 2020. Am 19. Mai hat also unsere Umweltministerin Svenja Schulze wieder mal die Landwirtschaft als Hauptverantwortlichen für das Arten- und Insektensterben mehr oder weniger hingestellt. Die Arten-Versammlung ist hier vor Ort beim LBV. Bei uns gibt es hier keine NABUs, aber sie sind ja eigentlich im Grunde genommen auch Vertreter. Deshalb haben wir hier diesen Veranstaltungswort gewählt. Zum anderen ist auch heute bei der SPD in Schweinfurt eine Kundgebung, die zur gleichen Zeit stattfindet. Ich freue mich aber trotzdem, dass wir jetzt in dieser für uns allen schwierigen Zeit trotzdem die Möglichkeit genutzt haben, dieses Versammlungsrecht mit den 50 Personen so auszunutzen. Nach dem mehr oder weniger Rückschlag mit der Düngeverordnung während der Corona-Zeit, ich muss das jetzt einfach mal aufgreifen, weil es auch mein Thema war, in der Zeit von Oktober bis im März, das hat uns alle sehr runtergezogen, weil diese Entscheidung sehr knapp war im Bundestag und meiner Meinung nach auch falsch ist. Und jetzt in der Zeit, wo man sich schlecht austauschen kann oder nur bedingt austauschen kann durch Skype-Konferenz, ich habe das in einem so komischen Video mal gesagt, führt es zu sehr vielen Missverständnissen. Was aber kein Missverständnis für mich ist, ist dieser Umweltbericht, den die Frau Schulze da am 19. Mai rausgegeben hat. Das zielt ganz klar darauf ab, dass wir Bauern, auf Deutsch gesagt, schlecht geredet werden, dass sie diffamiert werden und dass wir in die Ecke gestellt werden, dass wir Naturschänder sind und dass wir als Einzige verantwortlich dafür sind, dass der Arten- und Insektenrückgang so stark ist, wie er jetzt ist. Es wird nicht gesamteinheitlich betrachtet, sodass man den Verkehr mit in Betracht zieht. Die Versiegelungsfläche, jeder Tag 65 Hektar und auf diesen 65 Hektar, da findet aber auch kein Wachstum von irgendeiner Pflanze statt, da ist kein Insekt mehr, vielleicht mal beim drüberfliegen und dann ist es aber auch vorbei. Und das wird aber allein uns in die Tasche geschoben. Aber ich denke, wir sind uns da einig, dass wir Bauern, wir sind jeden Tag draußen, jeden Tag draußen in der Natur und wir leben von der Natur. Wir sind davon abhängig. Jeder, der momentan draußen rumfährt und sein Wintergerste beurteilt, bei vielen ist er jetzt erfroren. Wir fangen jetzt schon wieder das Jammern an, bei anderen sind die Zuckerrüben nicht richtig aufgelaufen, aber das heißt, wir haben zu wenig Wasser. Wir haben durch die Klimaveränderung Spätfröste, die wir sonst nicht gekannt haben oder in dem Ausmaß nicht gekannt haben, die Weinberge sind erfroren. Das schlägt uns alle sehr stark zurück und wir wissen nicht, wie dieses Jahr verläuft, aber man tritt jeden Tag mit Füßen auf uns ein. Und das bin ich der Meinung, das kann so nicht weitergehen. Wir geben jetzt heute hier, wir haben zehn Kuverte gemacht für die Presse, für den Landesbund für Vogelschutz, kommissarisch für den NABU in Deutschland, die Rücktrittsförderung von Herrn Jochen Flassbart, Staatssekretär im Umweltministerium und Frau Svenja Schulze, die uns nicht zuhören, die keine Gesprächsbereitschaft zeigen zum Naturschutz und zum Artenschutz. Wir sind der Meinung, wenn wir alle solche Geschäftsführer hätten wie hier den Herrn Sittkewitz in der Geschäftsschule in Pferd-Zöchheim, dann wäre das ein anderes miteinander. Wir haben in Unterfranken, und das haben ja auch viele Bauern im Vorfeld gesagt, ich gehöre selber mit dazu, Umweltgutachten geschrieben bekommen vom Herrn Sittkewitz, das unkompliziert abgelaufen ist. Wir haben das umgesetzt und es ist von den Landratsämtern und von den Genehmigungsverhörten anerkannt worden. Und diese Projekte werden erfolgreich im Landkreis Würzburg und auch, ich denke mal in Spessart und ganz Unterfranken auch umgesetzt. Ob das die Wiesenweihe ist oder ob das der Feldhamster ist, in der angeblich so intensiv genutzten Agrarlandschaft wie dem nördöstlichen Landkreis Würzburg und das ist auch im südlichen Landkreis nicht anders, haben wir mit die höchsten Populationen vom Feldhamster. Die Wiesenweihe hat deutlich zugenommen, aber die Frage, die sich keiner stellt, ist dabei, was frisst denn die Wiesenweihe? Der NABU macht eine Kampagne, in dem darauf hingewiesen wird, dass der Feldhamster zurückgeht. Ja, was frisst denn die Wiesenweihe? Den Feldhamster frisst die Wiesenweihe. Ja, oder ernähren die sich vegan. Also beim besten Willen, das muss man mal verstehen, wenn auf der einen Seite eine Population zunimmt, dann wird immer auf der anderen Seite eine Population abnehmen. Das ist ein natürlicher Vorgang. In diesem Jahr sind die Blühmischungen der Samen in Deutschland, in Bayern ausverkauft. Ich frage euch alle, warum ist der ausverkauft? Warum? Weil wir es nicht machen wollen? Weil wir Naturfräfler sind? Nein. Weil wir gerne Naturschutz betreiben. Weil es unsere Lebensgrundlage ist. Aber wer soll das denn bezahlen? Der Bauer, der die Schweine produziert? Ja klar. Aber wir wollen alle, und entschuldigt, wir wollen alle billig fressen. Alle wollen sie billig essen. Nutzt die Haltungsverordnung, wenn es so kommt. Wen macht man denn kaputt? Das sind nicht die Schweinehochhäuser irgendwo im Osten, wo 900 Zuchtzaun auf einem Betrieb stehen, die die Gülle alle abgeben müssen. Wen macht man denn kaputt? Das sind unsere klein strukturierten Betriebe in Bayern mit 100 Zuchtzaunen, mit 120 Zuchtzaunen. Die haben nicht das Geld, ihren Stall nach 5 oder nach 10 Jahren, der auf 20 und 25 Jahre von der Finanzierung her ausgelegt ist, wieder umzubauen. Was machen die? Die hören auf. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad von Ferkel mit 70% in Deutschland, und die machen wir jetzt dann endgültig kaputt. Wo kommen die denn an den Ferkel her? Aus dem EU-Ausland. Aus dem EU-Ausland. Überwunderte von Kilometern. Und das wollen wir dann? Also ich frage mich dann schon, wo da der Sinn ist. Und das wollen wir nicht hinnehmen. Uns bleibt nur so eine Kundgebung wie heute. Ich habe mich richtig gefreut, wie ich heute früh um 10 Uhr beim Düngerstreuen noch Nachrichten gehört habe, dass LSV auf der Straße ist, deutschlandweit. Da habe ich gesagt, geil, da gehöre ich nachher auch dazu. Und das müssen wir weitermachen. Wir müssen mit den Leuten reden. Wir müssen so eine Veranstaltung wie heute nutzen, dem LBV, auch wenn der Herr Sittkewitz redebereit ist. Auch wenn er jetzt heute nicht da ist. Aber solche wie er haben wir halt viel zu wenig, die wirklich zuhören und auch den Blick draußen für die Landwirtschaft haben und für den Naturhaushalt. Und nicht nur ideologisch blind in seine Richtung rennen und sagt, ja, ja, lass die Bauern, lass den Hochrand mal reden. Morgen ist er wieder weg. Und vielleicht bin ich irgendwann komplett weg. Und wir alle auch. Für mich, und ich denke, für die meisten hier, muss kein Regenwald brennen. Wir von LSV haben in den letzten Wochen und Monaten immer gesagt, wir sind gesprächsbereit. Gesprächsbereit mit den anderen Verbänden. Egal, ob das der BDM ist, der Bahnverband, ABL. Wir sind aber auch bereit, mit den Naturschutzverbänden zu reden. Einfach nur aus dem Grund, vielleicht mal ein gewisses Verständnis zu kriegen. Ich weiß nicht, wer dabei war. Wir waren in Ochsenfurt draußen, im November war es bei Die Grünen. Und ich habe mir sehr hart getan bei diesem Gespräch. Ich muss es ehrlich zugeben. Weil da viel blinder Idealismus mit drin dabei ist und Unverständnis für die Landwirtschaft. Das hast du jetzt gesagt. Aber es gibt da einige, die haben ganz große Augenbericht, wie Biolandbetriebe, Naturlandbetriebe, die auch von LSV mit drin dabei gesessen waren, gesagt haben, dass sie auch düngen müssen. Das haben die gar nicht geglaubt. Und das ist aber nicht nur bei vielen, die grün wählen so, sondern es ist auch bei vielen Naturverbänden so. Die verstehen gar nicht, wie Natur wirklich funktioniert. Und die verstehen nicht, wie Landwirtschaft funktioniert. Und das ist unsere aller Aufgabe, das zu erklären. Und wir müssen jetzt den Buchen wieder kriegen. Und ich denke, das haben wir heute mit diesem Tag geschafft, dass wir wieder auf die Straße gehen. Und wenn es nur in kleinen Grüppchen sind, so wie diese 49 Leute, die jetzt heute hier sind. Wir müssen wieder nach außen treten. Und jetzt gehe ich mal von dem Punkt weg. NABU und Schulze, der Förderungskatalog ist ganz klar kommuniziert. Wir fordern den Rücktrick von Jochen Flassbart und Svenja Schulze. Wir dürfen uns nicht weiter spalten lassen. Die, die nicht beim Bauernverband sind, die können gern mit uns weiter auf die Straße gehen. Und wenn der Bauernverband aufruft oder wie der BDM aufruft, dann geht da mit. Geht mit auf die Straße. Zeigt euer Gesicht, so weit ihr das könnt mit den Masken. Ja. Aber wenn wir mit den Schleppern unterwegs sind, werden wir wahrgenommen. Und solche Veranstaltungen sind gut und wichtig. Die Bauern machen einen guten Naturschutz, machen einen guten Umweltschutz, produzieren Lebensmittel auf höchstem Niveau, die europaweit und auch weltweit Normen erfüllen, die, glaube ich, sonst keiner erfüllt. Ich glaube, da können wir auch alle stolz drauf sein. Und ich glaube aber auch nicht, dass wir uns verstecken müssen hinter irgendjemandem. Hinter keinem Politiker, hinter keinem Umweltverband. Wir haben eine breite Brust. Wir sind Bauern und wir bewegen was in diesem Land. Und wenn man uns abschaffen will, dann sollen wir uns das klar und deutlich ins Gesicht sagen. Dann muss ich mir frühzeitig überlegen, ob ich mir bei irgendeinem anderen Kontrollgremium vielleicht einen Job suche und dann den restlichen Bauern dann noch auf die Füße trete. Weil das soll anscheinend der Weg sein. Ja, das wir uns selber kaputt machen. Dazu darf es nicht kommen. Ich habe mit unserem Umweltminister in Bayern mit dem Herrn Glauber schon noch zu reden. Das sage ich ja jetzt auch in dieser Kamera. Vielleicht sieht er es. Und wir haben da wirklich sehr viele Themen. Und ich kann es jetzt einfach nur so geradeaus sagen. Ich komme mir langsam vor, wie, ja, dass es das Fähnchen im Wind ist. Der redet mit mir oder mit uns von LSV oder zum Teil mit dem Bauernverband und da kriegst du es immer schön geredet und dann geht er raus und macht im Endeffekt entweder nichts machen, ist auch was gemacht, ja, oder genau das Gegenteil. Und das ist nicht zielführend. Und ich denke, wenn alle Verbände bei den Punkten, wo man gleicher Meinung ist, klar und deutlich kommunizieren, was wir wollen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Sonst nicht. Und deshalb vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wenn wir das Ganze jetzt beenden und auflösen, auch wieder bitte die 1,50 Meter einhalten. Das ist nun mal Vorschrift, das ist uns so diktiert worden. Ist auch richtig so. Nicht alle gleich loslaufen und alle nach vorne können ja noch ein bisschen Schwätzle da halten. Also wir sollen nicht mit der kompletten Gruppe jetzt da vorziehen. Da ist eine Gastronomie, die genauso leidet in Corona-Zeiten. Der eine oder andere kann vielleicht noch einen Kaffee trinken oder kann sich noch ein bisschen aufhalten. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Eine gute Ernte. Das ist jetzt ein bisschen sehr gut. Und eine gute Zeit. Dankeschön. Applaus Dankeschön. Dankeschön. Applaus